Salam und herzlich willkommen zu Spektrum Islam. Ende Mai gab es ein Podium im Bayerischen Rundfunk unter dem Motto Diversity Talk 2022, bei dem Claudia Stamm, eine Ex-Grünen-Politikerin, das Thema Gendern, Modeerscheinung oder Sprachrevolution vor Schulklassen moderieren sollte. Bei diesem Podium diskutierten Befürworter und Gegner der angeblich geschlechtergerechten Sprache. Zu Beginn und zum Schluss des ca. 40-minütigen Podiums sollte abgestimmt werden, inwiefern das Publikum das Gendern befürwortet oder nicht und ob die Schüler überhaupt gendern. Das Ergebnis zu Beginn war geteilt, jedoch die deutliche Mehrheit sagte, dass sie nie genderte. Nach Ende der Diskussion wurde noch einmal abgestimmt und die allermeisten Schüler waren der Meinung, gendern finde ich weiterhin unnötig, danach kam Habe-da-keine-Meinung und als drittes von sechs Positionen war die Meinung, gendern finde ich ab jetzt doof. Daraufhin sagte die Moderatorin, dann müssen wir nächstes Jahr doch nochmal darüber diskutieren. Was ganz lustig gemeint, hat dennoch einen ernst gemeinten Kern. Warum sollte nochmal darüber diskutiert werden? Die eingeladenen Gäste haben ihre Meinung mitgeteilt und die Schüler haben ihre Meinung auf Grundlage dessen gebildet. Mehr nicht? Oder will man das nicht? Will man nicht, dass sie sich ihre eigene Meinung zu diesem Thema bilden? Viele Schüler stimmten auch für, dazu habe ich keine Meinung. Wie könnten sie auch? Kann die heutige Generation Schüler überhaupt noch eine eigene, unabhängige Meinung bilden und diese auch noch vertreten? Vor allem bei dem Thema geschlechtergerechte Sprache. Wer behauptet überhaupt in diesem Wirrwarr, dass Sprache gerecht sein könnte, wenn wir es mit LGBTQ plus minus Sternchen Doppelpunkt zu tun haben, kann sich ja jedes der 72 Geschlechter irgendwie, irgendwann, irgendwo diskriminiert fühlen. Und das auch zu Recht, denn keine Sprache der Welt kann gegenüber 70 erfundenen Geschlechtern tendenzsteigend gerecht sein. Laut einer Studie aus dem letzten Jahr gaben 65% der Deutschen an, dass sie das Gendern in öffentlichen Sendungen wie Radio, Fernsehen oder Presse komplett ablehnen. Beim Bayerischen Rundfunk führte es zu so starken Irritationen, dass es aus dem Fernsehprogramm gestrichen wurde. Dann kommt immer das Argument, ja aber geschlechtergerechte Sprache ist für eine Minderheit. Zum einen, nein, es wird immer für mehr weiblichen Anteil in der deutschen Sprache geworben und Frauen sind nicht in der Minderheit. Und zum anderen ist natürlich das Abwägen von Schaden und Nutzen bei einer Sprache für eine Minderheit ganz eindeutig gegen diese Sprache. Der Schaden wäre höher als Nutzen für die Minderheit. Aber man stelle sich das Beispiel eines gehirngewaschenen Jugendlichen, der sich nie eine eigene Meinung bilden konnte vor und dieser auch noch ständig eine vorgefertigte Meinung aufgedrückt bekommen hat. Der Jugendliche hat keine Wahl, sich entscheiden zu kennen, ob er die Gendersprache verwenden möchte oder nicht. Denn schon in den Schulen oder Unis heutzutage muss man gendern, ob man will oder nicht, nur um eine vernünftige Note in der Hausarbeit, Bachelorarbeit oder ähnliches zu erhalten. Und dafür gendert man eben. Und dieser Zwang ist von höherer Instanz. Es ist also nichts Eigengewolltes. So eigensinnig widersprechend ist der Mensch. Zu seinem Vorteil will er keine Nötigung. Zu seinem Schaden leidet er jeden Zwang. Johann Wolfgang von Goethe